Darf ich vorstellen? Peter. Er hat gerade mehrere Artikel bei Kim im Multistore gekauft und muss diese nun nach Hause transportieren. Auf dem Parkplatz gibt es einen Freetrailer-Bereich, also lädt Peter die Freetrailer-App herunter, bucht einen Anhänger, geht hin, entriegelt ihn mit der App und hängt ihn an sein Auto an. Das ist in einer Minute erledigt. Es ist einfach und völlig kostenlos. Echt jetzt? Ja, wirklich! Peter ist glücklich und fährt mit seiner neuen Anschaffung nach Hause. Darf ich vorstellen? Kim ist der Filialleiter im Multistore und hat gerade einen weiteren Artikel an einen glücklichen Kunden verkauft, der sich um den Transport des Artikels nach Hause kümmert, ohne Kim einzuschalten. Kim ist glücklich, weil er keine Waren lagern muss, die darauf warten, von Kunden abgeholt zu werden und weil er keine Anhänger an seine Kunden vermieten muss. Kim freut sich auch über den Service, den er seinen Kunden bieten kann, was die Kunden ermutigt, Kims Geschäft zu wählen. Die Freetrailer können sogar von Leuten benutzt werden, die keine Kunden des Multiladens sind. Aber Kim weiß, dass viele dieser Leute schließlich in den Multiladen gehen, um etwas zu kaufen, was mehr Umsatz für seinen Laden bedeutet. Darf ich vorstellen? Sarah, sie ist in der Zentrale des Multiladens für die Werbung zuständig. Sie ist glücklich, weil Peter und andere Kunden mit Freetrailern durch die Stadt fahren, auf denen riesige Multistore-Werbung an den Seiten der Anhänger angebracht ist, sodass sie effektive und mobile Werbung zu einem sehr günstigen Preis erhält. Treffen Sie Paul. Paul hat gerade Freetrailer-Aktien gekauft. Paul ist glücklich, weil er in ein Unternehmen investiert hat, das durch den Verkauf von Werbeflächen an den Seiten von tausenden von Anhängern großartige Ergebnisse erzielt. Das Produkt, in das er investiert hat, ist nachhaltig und wird immer stärker nachgefragt und es basiert auf einem Geschäftsmodell, das mit erstaunlicher Geschwindigkeit wächst. Zurück zu Peter, der gerade den Freetrailer im Multistore zurückgegeben hat und sich über seine neue Anschaffung freut. Und darüber, dass er seine Einfahrt nicht mehr mit einem eigenen Anhänger blockieren muss. In den nächsten Tagen erzählt er seinen Freunden und Nachbarn, wie einfach und bequem es war, einen Freetrailer zu benutzen. Das bringt Kunden in den Multistore, was Kim glücklicher macht, Sarah noch glücklicher und Paul noch viel glücklicher. Freetrailer. Wir machen Teilen einfach. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.